Ich heiße Matthias Weske und ich leite das Fachgebiet Business Process Technology. Wir interessieren uns für Geschäftsprozesse. Wir interessieren uns insbesondere für die Frage, wie wir diese Prozesse präzise beschreiben können, wie wir sie durch Software unterstützen können und wie wir ihre Ausführungen analysieren können. Vielleicht das Oberziel des Fachgebiets, wie man so will, ist das, wie man im Englischen so schön sagt, bridging the gap between business and IT. Und die zentrale Herausforderung ist hier eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen zwischen den Fachanwendern, die die Anforderungen definieren, und den IT-Experten, die diese Anforderungen dann in Software-Systeme umsetzen und Geschäftsprozesse und Geschäftsprozessmodelle bieten hier eine sehr schöne gemeinsame Sprache, um dieses Ziel auch zu erreichen. Ein Geschäftsprozess ist ja nichts, was man zunächst mal anfassen kann. Es ist etwas, was in Unternehmen passiert oder auch in Software-Systemen passiert. Und wir haben einen Ansatz entwickelt, mit dem man die Aktivitäten, die Reihenfolge anfassbar macht. Das nennt sich TBPM, Tangible Business Process Modeling. Und das wird auch tatsächlich an vielen Stellen der Praxis heute eingesetzt. Im Forschungsprojekt SMILE, das vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird, untersuchen wir die Zustellprozesse der letzten Meile. Kernidee dieses Projekts ist es, eine Integration der Transportunternehmen vorzunehmen, sodass nicht mehr ein gelbes, ein braunes und ein weißes Zustellfahrzeug eine Straße langfährt, sondern das tatsächlich noch ein Fahrzeug ist, in der die Pakete integriert dann zugestellt werden. Also erstmal ist der Bereich der Prozestechnologie sehr spannend, weil er sehr breit aufgestellt ist. Es geht um Theorie, es geht um Formalismen, es geht aber auch um die Entwicklung von Software-Architekturen und Software-Systemen zur Unterstützung von Prozessen und das ist also wirklich was, was mich jeden Tag antreibt und was auch sehr viel Spaß bringt.